Hallo und Herzlich Willkommen zu meinem Fortnite-Shop, heute am Freitag, dem 28. April und wir düsen gleich mal ab. Ab nach oben. Ah, Fenix ist auch wieder da. Okay, erstmal haben wir unser Belvin-Paket zurück. Das ist nach 198 Tagen wieder da. Hier einmal mit dem J. Belvin-Skin. Im Moment, da gucken wir uns gerade mal die Stile an. Dann hat er hier nämlich noch den Energie-Stil und den Skelett-Stil. Stil? Skill? Stil? Ich habe den zwei, ich habe den, glaube ich, noch nie gespielt. So, Backbling dazu. Die Axt. Und das Emote dazu. So, alles nach 198 Tagen zurück. Hier dann nochmal einzeln. Und dann haben wir weiter in der nächsten. Ist sich vorgestellt, vertraute des Sturms-Paket. Das ist nach 32 Tagen zurück. Einmal hier mit Nara. Rücken. Rucksack. Und dann haben wir hier Taro. Rucksack. Axt. Torwächter, genau. Der hört sich so an. Und dann haben wir hier noch den Geleiter. Flugkarten. Alles nach 32 Tagen zurück. Dann haben wir ein bittere Medizin-Paket. Nach 36 Tagen zurück. Einmal mit Geißel. Rucksack. Pest. Umhang. Axt. Und noch Gleiter. Alles nochmal einzeln. Dann geht es weiter hier mit Fenix. Der ist nach 40 Tagen wieder zurück. Mit seinem Rucksack. Stachelschwinger. Ist nach 1250 Tagen zurück. Und dürfte somit das seltenste heute sein. Dann haben wir Shogun. Nach 32 Tagen auch zurück. Mit seinem Klingenflügel. Dann haben wir Klingenbiss. Auch nach 32 Tagen natürlich zurück. Und dann haben wir noch Kabuto. Eine Gleiter. Wie gesagt, alles nach 32 Tagen zurück. Dann haben wir hier Aerosol Assassin-Paket. Einmal mit Komplex. Jetzt habt ihr aber noch weitere Stile, ne? Seht mal her. Genau. Regenbogen. Den Rucksack dazu. Abstrakt. Auch der hat einen Rucksack dazu. Dann haben wir die Axt. Die finde ich natürlich ziemlich nice. Die gibt es aber auch noch in einem anderen Stil hier mit Regenbogenfarben. Klingt aber genauso. So, dann haben wir noch den Roller hier. Gleiter. Und zweimal Lackierungen. Sehr schön. Wie gesagt, alles nach 59 Tagen zurück. Und natürlich noch mal alles einzeln. Dann haben wir hier Royale Original. Die sind schon ein paar Tage drin jetzt. Noch mal einzeln. Haben wir die auch. Die sind auch drin schon. Ah, die sind nach 36 Tagen zurück. Das sind dann die zweiten Varianten davon. Mit dieser Axt. Und dann haben wir noch die Axt. Und mit diesem Geleiter. So, dann haben wir die täglichen. Einmal Nachthexe. Nach 83 Tagen zurück. Hier mit dem Kuschelvoodoo als Backblink. Dann haben wir die Ziege. Die war gestern schon drin. Schrottdüse ist nach 66 Tagen zurück. Meteorite Lackierung. Nach 53 Tagen. Der Adler. Auch nach 53 Tagen. Und setzt dich doch. Ist das 57 Tagen zurück. So, dann haben wir hier noch den Aluhut. Der war gestern reingekommen. Das habe ich ja gestern für einen absoluten Ei gekriegt. Hier die ganzen Sachen. So, das war auch schon gestern da. Ja, dann war es ja schon mit dem Job für heute. Das ist das nächste Crew-Paket. Das könnt ihr uns auch schon mal angucken. Zeig mal her. Einmal hier mit dem Skin. Okay. Exo Interact. Okay. Axt. Ja. Geht. Und Ladebildschirm. Der ist ganz cool. Okay. So viel dazu. Na, dann mach hallo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Sam. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.